Hi alle zusammen und willkommen zurück bei einer Folge, wir bauen einen Zoo. Wir sind jetzt hier im Villager-Dorf, wo wir ein bisschen verkackt haben oder ich weiß nicht, irgendwie Buggy auch ist. Und zwar ist es so, dass wir hier Überfall hatten, aber einfach keine Monster kommen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass hier so viel Wasser rum ist, dass hier Löcher im Boden sind. Oder ob die irgendwie, keine Ahnung, was mit denen los ist. Aber irgendwie kommt hier kein Überfall. Aber was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen nochmal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Eisen holen. Und vielleicht nochmal Pferde anlocken zu uns. Ich weiß nicht genau, wie wir das hinkriegen wollen oder sollen, aber wir werden mal sehen. Wo ich nochmal jetzt auch hin wollte, ich weiß nicht, ob die hier unten sind halt die Gegner dann jetzt. Wir waren hier schon unten, haben alles gelootet soweit. So wirklich viel mehr ist da jetzt auch nicht mehr, was man da so holen könnte. Deswegen habe ich überlegt, dass wir vielleicht nochmal, weil wir ein bisschen Eisen wieder brauchen, nochmal zu einer anderen Stelle gehen, wo wir auch ein Dorf gefunden haben. Und da nochmal gucken. Wir haben uns Gott sei Dank genug Essen von zu Hause mitgenommen, weil ich war schon skeptisch. Ich habe mir gedacht, hey, wir nehmen einfach mal was mit, bevor wir nichts haben. Und gehen da mal hin. 680. So nah dran. Vorne 240, hinten 680. So, warte mal, wo müssen wir dann lang? Wo wird es mehr? Wird da mehr und dann... Da landen, ne? Beides so mehr wird, okay. I'm coming to the Abenteuer. So, das würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt gerne noch machen. Und die Pferde würde ich halt gerne noch locken. Kann man die mit Weizen locken? Oder kann man die überhaupt locken? Haben wir Möhren nochmal? Kann man die damit füttern? Dann kann man die damit, aber... Also, holen kann man die, glaube ich, nur mit Leinen. Wie gesagt, schade, dass wir, wie gesagt, am Anfang die Folgen, die Leinen verloren haben. Vielleicht die OGs können ich noch erinnern. In den ersten Folgen hatten wir Leinen. Wir hatten alles dabei. Wir hatten ein Lama zu Hause. Aber irgendwie haben wir es nicht angeleint. Warum auch immer. Und dann ist es plötzlich aus unserem Gehege verloren. Das war echt, Alter, Leute. Das war bitter. Ich hatte mich so gefreut, dass wir einen Lama haben. Das waren ich und er waren so Best Friends. Und dann wurde ich einfach betrogen. Da kann man wieder draus lernen. Vertraut keinen Leuten. Sie verlassen euch wie dieses Lama. Ja, ich weiß. Es war so schön mit ihm. 600. Zack, zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ur-Ureinwohner-Dorf ist oder ob das das Villager-Dorf ist. Wir gucken mal. Ich habe mir irgendwelche Koordinaten hier aufgeschrieben. Vielleicht nicht mehr von diesem Server. Aber wir werden sehen, wo wir hinführen. Okay. Leiste Schlucht auf jeden Fall. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis hier. Das Nächste, wir waren auch noch nicht irgendwie in so einem krassen Bion. Aber wir gucken mal einfach, wo es uns die Reise hinführt. Dass wir einfach zwei Villager-Dorfen kurz nacheinander gefunden haben, war einfach crazy, Leute. Ah, da ist es doch. Ne, das ist das gar nicht, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe doch gesagt, 600, 800 am Ende. Jetzt müssen wir mal gucken, welches von den beiden Villager-Dorfen das ist und das auch direkt dann aufschreiben. Okay, das ist das Ur-Ureinwohner-Dorf. Hallo, ist hier jemand? Wo sind die denn alle hin? Hä? Na da, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das Dorf wäre richtig verlassen. Alles gut bei euch hier im Dorf? Einfach keine Menschenseele da, what the fuck? Ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht. Ich würde mich halt freuen, auch wenn mal langsam so ein, wie gesagt, Verkäufer mit einem Lama vorbeikommt. Dann würde ich auf jeden Fall abschlachten. Und gucken, dass wir sein Stuff kriegen. So, okay. Dann schreiben wir das jetzt hier auch nochmal auf. Das hier 390, 382. So. Hatten wir gesagt, 300, 600. Boah, ich bin mir echt nicht sicher, ob das von diesem Server die Koordinaten sind. Aber wie gesagt, wir haben genug Snacks dabei. Wir können auch noch so Snacks machen. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen, Leute. Bambus haben wir. Kakao könnten wir auch noch anbauen. Wir können damit Kuchen machen und Kekse und sowas. Ich habe überlegt, vielleicht können wir für die Gäste, die dann kommen, angereist sind. Die haben ja einen langen Weg hinter sich mit der Fähre und sowas. Vielleicht können wir denen dann einfach so ein paar Snacks anbieten, weißt du? So Apfelkuchen, Kürbiskuchen. Der bringt zwar nicht so wirklich was, aber können die entweder, wenn sie angekommen sind oder halt, wenn sie wieder abreisen, dann sowas von hier mitnehmen. Ja, das ist natürlich auch mal ganz schön, wenn die Leute dann da was auch zum Snaken haben und nicht so hungrig auf die Fahrt gehen. Weil wahrscheinlich das Mensa essen können die auch dann irgendwann nicht mehr sehen, weil die brauchen echt lange, bis die hier sind. Das ist unser nächstes Abenteuer hier. Wir werden jetzt erstmal weitergehen. Und gucken uns das mal an. Wow, 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 wow. So, 600 und was hatten wir? 240, da müssen wir mehr nach da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich von diesem Server oder ob das von irgendwelchen anderen Projekten, die ich schon mal gezockt habe, hier was aufgeschrieben habe. Weil noch sieht es nicht so ein bisschen verlassen hier aus, ne? 40, da lang. Nein, Leute, hier ist nichts. Aber guck mal einfach nach. Da hinten ist ein Sandbium, da könnten wir mal gucken. Ne, ansonsten ist hier nichts. Ne. Ne, hier ist gar nichts. Was hast du dir denn hier aufgeschrieben, Digga? Muss ich gleich nochmal in meinen schlauen Heftchen gucken. Hier, Good Vibes. Ach, da habe ich euch doch gezeigt. Good Vibes. Und dann habe ich was aufgeschrieben, glaube ich. Kann das sein? Ja, eine Sache. 102, 120 minus 140 habe ich mir hier aufgeschrieben. In meinem schlauen Buch. Aber wir gucken uns hier einfach nochmal ein bisschen um. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch einmal die Gegend abchecken. Weil maybe findet man ja noch irgendwas, ne? Irgendwie so ein Unterwasserschiff. Oder, ne? Ich sehe schon mal, was ist denn hier passiert? What the fuck? Der Wolf hat die gefressen, ne? Kann ich den vielleicht mit den Coinen anlocken, hier? Ne. Ne, nein. Aber das Problem ist gerade, was wir haben. Einfach dunkel, ne? Es ist einfach dunkel. Und ich überlege einfach, mitten in der Wildnis zu schlafen, wenn wir jetzt hier genug Schafe finden. So, Wolle haben wir genug. Äh, Holz nicht. Bessen wollen wir jetzt auch nicht. Ah, du Scheiße! Wo sind wir hier gelandet? Ich kann hier nicht schlafen. Ich muss mindestens bitte einmal kurz in so einen Baum rein oder so. Dann schwimmen ich hier irgendwelche Tiere oder so. Ich sehe schon. Wir bauen uns hier kurz eine Höhle, Leute. Und dann brauchen wir ein Bett und dann sind wir schnell weg. Bei dem Donner und Gewitter. Ne, ne, ne. Das kannst du mal vergessen. Ganz, 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 ganz schnell. Das machen wir nicht. So krank sind wir nicht. Mindestens so eine Höhle bauen. So, zack. Das Holz haben wir. So, hier. Dann machen wir eine Rock Bunch. Zack. Dann bauen wir ein Bett. Oben ein bisschen weich. Dann unten ein bisschen hart. Zack. Bett ist gebaut. Ich überlege, ob wir warten nochmal. Warte, ich habe dann mal... Ah ja, das machen wir. Wir machen hier nochmal ein bisschen Snacks. Weil wer weiß, wie lange wir unterwegs sind. Einfach for safetyness. Tun wir ein bisschen Holz rein. Zack. Und jetzt schlafen wir hier. Weil in dem... In dem Blitz und Donner gehen wir nicht raus. Zack. Okay, Leute. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wir machen mal Tanzi nach. Doppelpiece. Kuss geht raus. Bis dann, Leute.